Begrüßen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Skyway, ein Märchen oder schon bald unsere Zukunft. Wir haben ja heute wieder einen wunderschönen Tag und ich freue mich immer, wenn trotzdem schönem Wetter hier einfach wieder die Personen sich dafür interessieren, für diese faszinierende Transporttechnologie und die Möglichkeit, die wir als Investoren oder als Invest-Interessenten mit dieser Technologie haben. Dieses Webinar besteht aus vier Teilen und zwar aus dem ersten Teil der Skyway Transporttechnologie. Im zweiten Teil hören wir wieder, warum es interessant ist, Skyway Investor zu werden. Im dritten Teil hören Sie wieder die aktuellen Neuigkeiten aus der vergangenen Woche und im vierten Teil dürfen Sie dann wieder Ihre Fragen stellen. Kurz nochmal zu meiner Person, wer mich noch nicht kennt, die meisten kennen mich ja schon oder viele. Mein Name ist Rosemarie Kirner, ich komme aus der Oberpfalz, im nördlichen Teil von Bayern, bin etwas über 50, genau genommen 51 und bin begeisterte Investorin in diese Technologie. Und genau aus diesem Grunde habe ich mich bereit erklärt, eben dieses Webinar oder diese Webinare zu sprechen. Nun, was ist diese Skyway Transporttechnologie? Warum bin ich davon so begeistert? Diese Technologie wurde vom Erfinder Anatoly Junitzky seit 1977 entwickelt und natürlich auch patentiert. Das heißt, er hat die Rechte an dieser Technologie sich gesichert. Das heißt, er arbeitet mittlerweile seit fast 40 Jahren an dieser Technologie, die wirklich einzigartig ist. Warum ist sie einzigartig? Sie zeichnet sich aus durch die Vielfalt des Design- und Technologien-Know-hows, aber auch durch eigene patentierte Engineering-Lösungen. Allein die Designs sind wirklich ausgezeichnet und sehr, sehr exklusiv. Und wir dürfen ja bald die ersten Modelle bewundern für diejenigen, die auch in Berlin dabei sein werden. Dazu komme ich heute noch. Nun, wer ist Anatoly Junitzky? Er ist der Autor von 140 Erfindungen. Davon wurden 30 seiner Erfindungen umgesetzt in der ehemaligen UdSSR mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Weiter ist er der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien und von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Was sind Monographien? Ganz einfach, das sind wissenschaftliche Arbeiten, die sich nur mit einem Gegenstand befassen. Er ist zudem Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das seit 1986. Und meines Wissens ist diese Transporttechnologie auch aus dieser Zeit entstanden, aus dem Wissen daraus. Und er ist Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und dies seit 2000. Weiter ist er natürlich der Erfinder und der Chefingenieur der wirklich einzigartigen Skyway-String-Transporttechnologie. Was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant? Es ist einfach ein modernes, ökologisches, sicheres und angepasstes Transportsystem auf der zweiten Ebene. Das heißt nichts anderes, es befindet sich nicht ebenerdig, sondern oben in der Luft. Was wir hier ganz deutlich auch sehen können in diesem mittleren Bild. Hier befindet sich diese Bahn, die auf einer Stringschiene hier oben sich fortbewegt. Wir sehen ja hier schon zwei Modelle. Und unten die Erde, so sagt Junitzki, die soll den Menschen gehören. Diese Stringsstruktur bietet zudem noch hochinteressante Möglichkeiten der multiplen Nutzung. Das heißt man kann hier Strom, Internet oder weitere für die Infrastruktur notwendige Leitungen mit integrieren in diese Bahnen hier. Das Interessante ist auch, was man hier schön sehen kann, man kann diese Schienen nicht so einfach nutzen, sondern mit einer Hochbahn und zugleich mit einer Hängebahn fahren lassen. Also nicht wie bei der Eisenbahn, ich habe hier eine Bahn und die fährt und keine andere Bahn kann fahren, sondern die können hier erstens mal, wie man es vielleicht auch schön gesehen hat, am Anfang in den Videos hintereinander fahren, aber man kann zugleich auch eine Hänge und eine Hochbahn gleichzeitig nutzen. Das ist wirklich etwas, das es bisher in dieser Form noch nie gab. Warum brauchen wir diese Technologie? Wir haben doch schon so viele Transportmöglichkeiten. Es gibt die Eisenbahnen, es gibt das Flugzeug, die Schiffe, die Autos und so weiter. Aber hier in diesem Bild kann man schon ganz deutlich erkennen, was die Vorzüge sind. Einerseits der ökologische Aspekt. Das heißt, wir haben eine wesentliche Schadstoffemissionenreduzierung, weil sich das Ganze eben hier oben bewegt. Und wenig Energie benötigt und somit auch keine Abgase abgibt. Das Ganze wird auch elektrisch betrieben. Zudem, das werden wir heute noch näher hören, sehr, sehr wenig Energie wird überhaupt für die Fortbewegung benötigt. Hier unten sehen wir das krasse Gegenteil. Die Autos, die richtig schön hier Dampf ablassen, wenn wir das mal so nennen wollen. Zudem kommt der ökologische Aspekt, dass wir wenig Verbau haben. Wir haben hier nur diese kleinen Pfosten, ab und zu einen Ankerpfeiler, werden wir später noch sehen, was das ist. Aber ansonsten wenig Platzbedarf, um diese Schienenkonstruktion überhaupt zu bauen. Dazu kommt, wir haben einen sehr, sehr geringen Materialbedarf. Auch das ist ja maßgeblich und sichert uns einfach, dass wir nicht hier unnötig Rohstoffe verbrauchen. Zudem kommt, dass wir ein hohes Maß an Sicherheit haben. Einerseits, weil es sich auf der zweiten Ebene bewegt. Andererseits durch ein spezielles Sicherheitssystem, von dem wir gleich noch hören werden. Hier schließen wir schon mal die Kollisionsgefahr aus mit weiteren Fahrzeugen, mit Fußgängen. Wie es ähnlich zum Beispiel bei einer Straßenbahn, da hätte man immer das Problem, dass man hier irgendwie kollidieren könnte mit Fahrrädern, Fußgängen, Autos und so weiter. Haben wir hier alles nicht, weil sich das eben auf der zweiten Ebene bewegt. Zusätzlich haben wir einen sehr geringen Transportpreis. Kommt einfach durch die niedrigen Kosten, erstens mal für die Errichtung schon. Und zweitens mal natürlich durch den sehr, sehr geringen Bedarf an Energie für die Fortbewegung. Zudem kann sich diese Bahn sehr, sehr schnell fortbewegen. im Stadtverkehr bis 150 Stundenkilometer, außerhalb sogar mit Fahrfluggeschwindigkeit bis zu 500 Stundenkilometern. Bedingt durch all diese Faktoren haben wir eine sehr kurze Amortisationszeit. Man spricht von drei bis fünf Jahren. Und ein ganz wichtiger Vorteil ist die Topologieunabhängigkeit. Das heißt, wir können mit dieser Bahn in die Höhe, wir können ins Meer hinaus, wir können in der Stadt das Ganze gut integrieren. Wir haben ja viele Videos schon im Vorfeld gesehen, wer schon länger dabei ist. Also das ist ein maßgeblicher Fortschritt mit dieser Bahn. Wir brauchen keine Tunnel bauen. Es ist einfach hier fast alles möglich und das zu einem enorm günstigen Erbauungspreis. Hier haben wir ein paar Beispiele. Es gibt natürlich zahlreiche Modelle. Nicht nur diese vier, die wir hier sehen, gibt viele, viele verschiedene Größen der einzelnen Modelle. Ich beginne jetzt mal rechts unten mit dem Uni-Bike. Das Uni-Bike wird auch auf der Messe zu sehen sein. Hier gibt es Beispiele von ein bis fünf Personen, Fassungsvermögen mit oder ohne Tretmöglichkeit. Hier in diesem Modell könnte man mittreten, bis zu 120 Stundenkilometer legen die zurück. Wird auch mit Elektrizität unterstützt. Das Ganze, also es gibt hier kein Überholen. Wir brauchen uns nicht für Aufgaben beim Sport. Aber es hat natürlich auch einen gewissen Spaßfaktor dabei. Und kann auch für Events zum Beispiel gebucht werden später. Es funktioniert auf einer Distanz von fünf Kilometern. Links im Bild sehen wir das weitere Modell, das wir auch auf der Messe bewundern dürfen. Zumindest eines davon. Auch hier gibt es verschiedene Größen, verschiedene Modelle in der Stadt von klein bis groß. Hier haben wir ein relativ großes Modell mit dem Fassungsvermögen von bis zu 100 Passagieren. Wir stehen aus drei Modulen. Diese Bahn wird eingesetzt, hauptsächlich im Stadtverkehr oder im Nahverkehr, Regionalverkehr, wie Sie es nennen wollen, zum Flughafen oder auch dem Flughafen und auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Wie gesagt, bis zu 100 Passagiere, Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern. Und sie kann eine Distanz zurücklegen bis zu 200 Kilometern. Und die Tageskapazität hier ist enorm. Sie liegt bei bis zu 25.000 Passagieren. Warum ist hier so viel möglich? Diese Bahnen, egal welches Modell, die können elektronisch gesteuert werden. Es gibt ja jetzt schon verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze messen kann. Lichtschranken oder so Messgeräte. Man kennt es ja auch von Ampeln zum Beispiel. Ist viel Verkehr, schaltet die Ampel anders, wie wenn wenig ist im Berufsverkehr zum Beispiel. Auch das wird hier mit dieser Bahn möglich sein. Man setzt hier herkömmliche Möglichkeiten ein. Und die können Sie im Extremfall alle zwei Sekunden starten, sofern Sie so schnell zusteigen können. Ja, immer vorausgesetzt. Aber, wie gesagt, das Ganze wird nach Bedarf geregelt. In Stoßzeiten natürlich häufig. Laufen, einsteigen, abfahren. Und hier muss man auch nicht ewig Abstand halten, weil das alle tatsächlich ohne Personen gesteuert werden kann, elektronisch. Das ist also der große Vorzug eben dieser Stadt- oder Regionalbahn. Und auch hier wird ein Modell auf der Messe, von der wir gleich noch hören, vorgestellt werden. Dann sehen wir rechts oben hier im Bild das Frachttransportfahrzeug, das Unicar. Schon ganz klar erkennbar. Es hat keine Fenster wie unten zum Beispiel die Bahnen. Warum die Fracht braucht nichts zu sehen. Das Interessante ist, man kann in diesen Transportfahrzeugen wirklich alles transportieren. Vom Schüttgut über Flüssiggas, über Erdöl, über Stückgut, Spezialfracht, egal was. Das Interessante ist auch, man kann, wenn man hier diese Bahn baut, hat man geringere Baukosten zum Beispiel, wie wenn man eine Pipeline bauen würde, mit dem Vorzug, dass man hier diese Bahnen in beiden Richtungen nutzen kann. Eine Pipeline zum Beispiel nur in eine Richtung. Also auch hier haben wir sogar noch Preisersparnisse im Vergleich zu Pipelinen. Und man könnte also wie gesagt Erdöl oder Erdgas auch mit diesen Fahrzeugen nützen, so wie eben auch andere. Und dieses Fahrzeug würde zum Beispiel vom Fassungsvermögen 20.000 Tonnen beinhalten. Das heißt, es sind ungefähr 10 LKW-Ladungen. Also auch das schon sehr interessant, wenn man hier für ein Fahrzeug 10 LKWs von der Straße weg brächte. Und man sieht es ja auch schon im Bild ganz deutlich. Wir haben hier nicht nur die eine, sondern hinten gleich im Anschluss die nächste. Man kann auch die wieder gesteuert fahren lassen, je nach Bedarf. Die Geschwindigkeit legt sie zurück bis zu 120 kmh. Und eine Jahreskapazität bis zu 200 Millionen Tonnen. Also nicht gerade wenig. Das Ganze ist auch sehr, sehr langlebig, diese Bahnen und diese Fahrzeuge. Man spricht von 50 bis 100 Jahren. Und links im Bild sehen wir das windschneidigste Fahrzeug. Oder besser gesagt eines von denen, nämlich die Highspeed Bahn Unibus. Die legt Geschwindigkeiten zurück bis zu 500 Stundenkilometern. Wird natürlich hauptsächlich außerorts eingesetzt, nämlich zum Verbinden der großen Metropolen. Zum Beispiel Berlin-Hamburg, Berlin-London. Wenn man sich jetzt mal das Bildlich vorstellt. Und zwar eine Distanz bis zu 10.000 Kilometern. Das ist auch enorm, also einfach diese enorme Strecke, die hier zurückgelegt werden kann. Eine Kapazität wie im Flugzeug bis zu 500 Passagieren. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Größen. Und eine Tageskapazität bis zu einer Million Passagiere. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also nach Bedarf, wenn das notwendig wäre, ist hier wirklich enorm viel möglich. Wie gesagt, das Interessante ist auch, man könnte oben zum Beispiel die Hochbahn fahren lassen und unten gleichzeitig ein Transportfahrzeug als Hängemodell. Also das ist schon wirklich einzigartig, was hier mit dieser Technologie möglich ist. Hier kommen wir nochmal zum Sicherheitssystem. Ich habe ja schon erwähnt, der Vorteil ist erstmal die zweite Ebene. Dadurch schließen wir die Kollisionsgefahr aus. Aber wichtig ist natürlich auch, wie ist das Ganze abgesichert. Ich meine, die Geschwindigkeiten sind ja nicht ganz ohne, zwischen 120 und 500 Stundenkilometern. Und da sollte das Ganze natürlich schon sicher sein. Man sieht hier diese Schienen. Und hier diese Schienen haben wir hier als Querschnitt nochmal. Die werde ich gleich näher erläutern. Aber hier im Bild haben wir dieses Spezialrad. Nämlich dieses Anti-Entgleiß-System, das seitlich eben mitfährt, sodass das Ganze nochmal um das Zehnfache von Sicherheitsstandard her erhöht wird. Und dass das einfach nicht aus der Spur geraten kann. Was ja wirklich wichtig ist bei solchen Geschwindigkeiten. Wir sehen ja auch zum Beispiel ein Hängemodell in der Stadt. Hier zum Beispiel die Zusteigemöglichkeit. Wie das Ganze auch dann mal abgesichert wird. Und hier haben wir eine Hochbahn wieder. So könnte das zum Beispiel in der Stadt aussehen. Meiner Meinung nach sehr idyllisch. Sehr beruhigend irgendwie. Und hier haben wir einen Querschnitt dieser wirklich hochinteressanten Stringschiene. Hier links haben wir das Bündel von vorgespannten Stahlträhten. Das Ganze ist umgeben mit einem Befestigungselement. Und dieses Befestigungselement ist verbunden mit dem äußeren Schienengehäuse. Hier ist es seitlich einfach befestigt. Und hier dieses Füllmaterial ist spezial betont, das einfach zur Festigung, zur Stabilität dient. Aber man kann hier auch diese Kommunikationsmittel oder diese Stromleitungen mit integrieren. Oben haben wir die Stahlkopfschiene, zum Beispiel bei der Hochbahn. Rechts unten im Bild sehen wir auch eine Aufhängung, zum Beispiel wie eine Hängebahn befestigt wird. Hier rechts auf der Seite sehen wir dann die verschiedenen Modelle dieser schnittfreien Stringschiene. Einmal die flexible Version, das ist ähnlich wie zum Beispiel bei einer Seilbahn. Allerdings, Achtung, es gibt hier keine Analogien. Wir reden hier nicht von einem Seil, sondern von einer Stahlschiene. Nur das Ganze ist natürlich sehr flexibel gestaltet. Es kommt einfach darauf an, wo brauche ich diese Bahn denn gerade. Welches Gelände habe ich. Und hier in dem oberen Bereich kann ich also nur Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern zurücklegen. Man sieht es hier schon, es ist etwas beweglich. Aber wie gesagt, schnittfrei. Und das ist sehr wichtig, dass es auch nicht irgendwie angreifbar ist. Dann haben wir in der Mitte die halbstarre schnittfreie Stringschienenstruktur. Das ist ähnlich wie bei einer Hängebrücke, kann man hier ganz deutlich sehen. Komme ich aber gleich nochmal näher drauf zurück, warum das Ganze hier so interessant ist. Hier sieht man es auch ganz deutlich, dieses Hängebrückenmodell. Auch hier kann man eine Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern zurücklegen. Und ganz unten finden wir dann die starre Konstruktion. Und hier, das ist auch das Modell, wo man einfach diese Leitungen mit integrieren kann. Diese starre Konstruktion. Und hier kann man dann auch bis zu 500 Stundenkilometern zurücklegen. Sehr interessant ist auch noch der Energiebedarf dieser Schienenstruktur. Ich habe ja bereits schon erwähnt, hier haben wir einen sehr niedrigen Bedarf an Energie. Um diese Bahn überhaupt fortzubewegen. Ein Vergleichsbeispiel ist hier unten diese Formel. Wir haben hier, wenn man zum Beispiel eine Pneumatik-Technologie verwenden würde. LKW zum Beispiel fährt auf Luftreifen. Autos fahren auch auf Luftreifen. Pneumatik ist nichts anderes als die Luftreifentechnologie. Dann würde man, wenn man 5000 Kilogramm fortbewegen wollte, mit einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometern, bräuchte man bei dieser Luftreifentechnologie genau 1100 Kilowatt Energiestrom. Und das ist ja nicht gerade wenig. Im Vergleich, bei dieser Bahn brauchen wir für die gleiche Leistung gerade mal 9,2 Kilowatt. Also es ist ein Vielfaches weniger als eben bei der Luftreifentechnologie. So, ich mag er mich nicht mehr, mein Fein. Ab und zu mag er mich mal ärgern. So, hier wie gesagt 9,2 bei der Schiene, 1100 Kilowatt, bräuchte man bei einer Luftreifentechnologie bei 450 Stundenkilometern. Und dieses Beispiel lässt einfach schon mal deutlich werden, wie wenig Energie man generell benötigt. Dazu kommt noch, dass man einfach vielfach Energien nutzt, die vor Ort gegeben sind. Zum Beispiel Stromerzeugung durch Windkraft, könnte ich mir vorstellen, in Russland, durch Sonnenenergie in den warmen Ländern. Und was auch noch dazu kommt, man nutzt hier natürlich auch noch Energierückgewinnung oder die Schwerkraft, die Gravitation aus. Und das sieht man hier ganz deutlich in diesem Beispiel. Hat mich total fasziniert. Ich bin zwar eine Frau, aber ich habe es damit, mit der Technik. Also man sieht hier schon mal, das Ganze befindet sich im Wasser. Also hier, man sieht ganz deutlich, diese Port, diese Wassertechnologie, die Türme befinden sich im Wasser. Man nutzt hier wirklich alle Möglichkeiten. Und diese Möglichkeit, die hier dargestellt wird, ist möglich zwischen 500 und 2000 Meter Distanz. Das heißt, man könnte hier die Gravitation, das heißt die Schwerkraft ausnutzen, um die Bahn nach unten ohne Energiebedarf, ohne Motorleistung zu bewegen. Und die Gravitationsmotortechnik, die Bremse, nutzt man wieder als Widerstand, um möglichst wenig Energie zu bedürfen zum Abbremsen bis zum nächsten Turm. Und das ist hier ganz deutlich in diesem Hängebrückenmodell dargestellt. Also runterwärts brauchen wir keine Energie, rauchwärts bremst die Schwerkraft wieder, weil wir einfach gegen die Schwerkraft arbeiten. Sehr, sehr interessant. Und diese Türme, wir haben es ja vielleicht in dem Video schon gesehen, das sind natürlich dann immer auch die Zusteigemöglichkeiten oder zugleich die Wendemöglichkeiten. Man kann ja bei dieser Bahn immer nur geradeaus, möchte man um die Kurve, braucht man Kurvenelemente. Kurvenelemente werden wir dann auch noch im Technopark sehen und diese Kurvenelemente werden dann eben in solchen Türmen gleich mit integriert. Sieht man auch ganz gut immer in den Videos. Natürlich nützt man auch eben die Energierückgewinnung, die generell so möglich ist, wird häufig ja auch von anderen Technologien schon genutzt. Hier ein Querschnitt des Rades, wer sich dafür interessiert, ich bin jetzt kein Ingenieur, ich kann das nicht im Detail erklären. Hier haben wir, weil ich etwas zu schnell, ein Transportfahrzeug als Hängemodell, das mit Stückgut, mit dem Rabestart beladen wird. Dann ein Hängemodell, das mit Schittgut, zum Beispiel jetzt dürfte hier Kohle sein, beladen wird. Das geht alles sehr, sehr schnell. Das hier auch, innerhalb von Sekunden werden diese Fahrzeuge, werden hier tonnenweise diese Fahrzeuge während des Fahrens beladen. Also es ist unglaublich, diese Technologie, was man hier alles nützt. Hinten, man sieht hier schon dieses Bahnhofsgebäude in der Form und hier eben, wie das Ganze eben beladen wird. Hier haben wir verschiedene Modelle dieses Unibikes, von 1 bis 3 ohne Tretmöglichkeit, von 1 bis 2 zum Beispiel noch mit Tretmöglichkeit. Wie gesagt, das größte Modell von diesen Fahrzeugen mit Spaßfaktor, sage ich immer, ist für 5 Personen geeignet. Und die legen eine Geschwindigkeit mit bis zu 120 Stundenkilometern zurück, sind einfach, hier verbindet man einfach Sport, Entertainment mit Fortbewegung. Und das Ganze wird natürlich elektronisch unterstützt, wie zum Beispiel beim E-Bike. Und hier kommen wir zum Hauptprojekt, nämlich dem Öko-Techno-Park. Dieser Öko-Techno-Park hat eine wichtige Funktion. Einerseits dient er natürlich der Präsentation und zweitens dient er auch dann der Zertifizierung. Wir wissen jetzt schon, dieser Öko-Techno-Park, es wird im Moment extrem daran gearbeitet, steht kurz vor der Fertigstellung, was für uns als Investoren natürlich sehr wichtig ist, denn die Fertigstellung wird einiges verändern für uns. Da komme ich aber dann im zweiten Teil nochmal dazu. Wozu dient er, wie gesagt, der Präsentation? Wenn wir uns ein Auto, ein neues Handy ansehen und wir möchten uns das kaufen, dann kaufen wir nicht die Katze im Sack, sondern wir sehen das Ganze vielleicht in der Werbung, wir sagen, das sieht toll aus und ja, das möchte ich gerne haben. Aber ich kaufe mir das dann nicht aus dem Internet, sondern ich fahre dann in der Regel zum, nehmen wir das Beispiel Auto, zum Autohändler, schaue mir das Modell an, setze mich rein, fahre vielleicht noch Probe und sage, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn es mir gefällt, dann stelle ich mir das so zusammen, wie es mir passt. Ich verfüge einfach die Einzelheiten, fühle diesen Sitz, diese Farbe und so weiter zusammen. Und genau für diesen Zweck dient auch dieser Öko-Technopass. Denn diese Technologie wird natürlich nicht von uns als kleinen Privatpersonen gekauft, aber von Ländern vielleicht, von Großinvestoren, die das Ganze einfach in ihren Ländern integrieren wollen, diese Bahn dort bauen wollen, wie zum Beispiel, was wir gleich sehen werden, Australien oder mittlerweile Russland oder viele andere in Zukunft. Aber die möchten das Ganze natürlich jetzt mal sehen, funktioniert das Ganze, wie funktioniert das Ganze, wie sehen die Fahrzeuge aus. Und diese Demonstration, diese Präsentation wird eben auf diesem Öko-Technopass durchgeführt. Wir sehen hier hinten im Bild, was wir gerade als Beispiele gesehen haben, die Frachttrasse, die Frachttransporttrasse. Hier hinten wird dann die Beladung stattfinden. Und hier haben wir auch so ein typisches Kurvenelement wieder. Ganz vorne hier sehen wir auch so ein Kurvenelement bei der Regionalbahn. Hier integriert ist zum Beispiel auch diese Hängebrückenversion, damit man auch das hier vorführen könnte. Und hier hinten haben wir nochmal ein Kurvenelement. In der Regel wird das zum Beispiel in den Städten oder auch, man hat es gesehen, am Hafen, natürlich in so Türme integriert, sodass das Ganze natürlich auch noch ein Gesicht hat, wie man so schön sagt. Und hier haben wir dann ein Präsentationsgebäude. Hier kann man sich das Ganze in klein noch ansehen, einzelne Modelle. Später wird das Ganze dann auch als Museum dienen. Und ganz vorne sehen wir dann die längste und teuerste Trasse, nämlich die Hochgeschwindigkeit und Stadtverkehrsstrecke. Ich habe bisher immer gesagt, mit Ausnahme vom letzten Mal, wir haben hier vorne den Bahnhof. Mittlerweile bin ich eines Besseren belehrt worden. Es gibt hier hinten nochmal einen Ankerpfeiler. Was ist ein Ankerpfeiler? Ein Ankerpfeiler ist ein stabilerer, ja, sag ich mal, Pfeiler. In denen wird meistens auch die Zusteigemöglichkeit integriert. Und oft dient das dann auch als Art Bahnhof. Aber man kann natürlich nicht alles nur auf diesem Stelzen halten, sondern man muss immer wieder so einen Stabilisator einbauen. Und das ist in der Regel dieser Ankerpfeiler, der dann meist gleichzeitig als Zusteigemöglichkeit oder als Bahnhof eben genutzt wird. Und aktuell ist es so, wir haben hier vorne diesen Bahnhof und da hinten wird nochmal einer sein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wo. Und es wird im Moment die Strecke von hier bis hier hinten gebaut und dann auf Sicht gesehen hier bis nach hinten 15, 16 Kilometer lang sein. Ursprünglich hatte man diesen Park mit 300 Millionen US-Dollar veranschlagt. Aber genau diese hochinteressante Hochgeschwindigkeits- und Stadtverkehrstrasse hat einen maßgeblichen Vorteil finanzieller Art uns gebracht. Nämlich man konnte diese Strecke von ursprünglich veranlagt auf 30 Kilometer auf ca. 15 bis 16 Kilometer verkürzen. Warum war das möglich? Dank dieser Gravitationsmotorbremse, die man hier integriert hat. Man ist ja ständig am Weiterentwickeln, auch an vielen anderen Bereichen konnte man einsparen, weil man eben ständig hier weiterentwickelt. Und wenn man bedenkt, dank dieser Bremse, die es ermöglicht eben die Beschleunigung, dann dieses rasante Tempo und dann diese schnelle Herabbremsen auf diese 16 Kilometer zu verkürzen, konnte man sehr viel Geld einsparen, weil ein Kilometer ungefähr zwischen 2,5 und 3,5 Millionen US-Dollar kostet. Natürlich kommt immer darauf an, was habe ich für Pfeiler und das ist ein Durchschnittsbreit. Hier sind übrigens 19 dieser schmalen Pfeiler integriert. Aber wie gesagt, hier hinten ist noch ein weiterer Ankerpfeiler, der im Moment kurz vor der Fertigstellung steht. Wir werden jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder dazu sehen. Hier unten im Bild haben wir eine Stringschiene und hier integriert sind dann auch diese Informations- und Kommunikations- bzw. Energieversorgungsleitungen. Hier Hochbahn, Hängebahn und Transportbahn. Wie gesagt, das Ganze hier, dieser Ökopark, der auch natürlich der Zertifizierung dient, Zertifizierung braucht, ein gutes Unternehmen, um einfach eine Wertsteigerung zu erreichen, um nachzuweisen, was einfach alles passt, was sie oder beweisen, was sie einfach auch uns versprechen. Dieser Park steht in der Nähe von Minsk in Mariana Horka und Minsk hat man ganz bewusst gewählt, das ist in Weißrussland, weil dort das Ganze von der Verkehrsanbindung sehr günstig ist. Weiter hat man dort sehr viele gute Wissenschaftler und das hat sich einfach angeboten. Und in dieses Projekt fließen derzeit auch die Investorenwälder von uns. Wichtig ist aber für uns, wenn dieser Park hier fertiggestellt ist und eingeweihtet, kann es sein, dass der große Kuchen für uns dann als Privatinvestoren vielleicht nicht mehr möglich ist. Genau das wissen wir noch nicht, aber wir haben diese Information schon mal vorab erhalten. Deshalb, wer investieren möchte, dazu kommen wir im zweiten Teil, sollte es sich schnell überlegen. Gut, hier haben wir ein wichtiges Schreiben, nämlich geht es hier um die Anerkennung dieser Technologie als innovative und einsatzbereite Technologie. Und zwar vor dem Verkehrsministerium in Russland. Junitzki hat 15 Jahre gebraucht, er hat 15 Jahre gekämpft, um diese Anerkennung seiner Technologie zu bekommen. Er hat sie jetzt erreicht und deshalb wird auch in Russland das Pilotprojekt gestartet über das Verkehrsministerium. Aber ein wichtiger weiterer Schritt in die Verwirklichung dieser fantastischen Technologie ist Australien. Australien sorgt extrem momentan für die Bekanntwerdung dieser Skyway-Technologie. Und zwar dank diesem Mannes, Rothuk. Rothuk, eine Persönlichkeit seinesgleichen. Er war bis vor zwei Jahren oder gut zwei Jahren Verkehrsminister in Australien, bis zudem auch noch Transportunternehmer. Als er aus seinem Amt dann ausgeschieden ist oder wurde, hat er natürlich weiter in seinen Transportunternehmen gehabt. Wurde von einer Investorin, die in seiner Heimatstadt lebt, aber aus Weichrussland stammt, informiert über diese Technologie. Und zwar hat sie ein halbes Jahr auf ihn eingearbeitet, hat ihn kennengelernt, hat ihn kontaktiert über LinkedIn, hat nicht locker gelassen. Und ihr haben wir es zu verdanken, dass er letztes Jahr im Herbst nach Minsk gereist ist und sich das Ganze vor Ort angesehen hat, sich dort wirklich begeistern lief für diese Technologie und das Ganze nach Australien brachtet. Und zwar ist dieses Projekt hier das erste geplante Projekt. Eigentlich sollte es schon starten. Das Ganze verzögert sich aber im Moment etwas, weil er natürlich in Australien sehr viel Rummel gemacht hat, diese Technologie vorantreibt und man vergrößert jetzt dieses Projekt. Da komme ich aber gleich nochmal im Detail drauf, warum das so interessant ist. Hier haben wir die Universität in Flinders, das Gebäude, das wir eben gesehen haben. Hier haben wir Flinders, die Station von der Universität und hier drüben befindet sich der Campus. So, man hatte immer oder hat immer das Problem, die Studenten von hier nach da zu transportieren. Man musste immer hier außen herum, das war oder ist im Moment noch sehr umständlich. Warum? Man sieht hier schon, die Straße hört hier auf. Wir haben eine Querstraße und hier hört die Straße auf. Warum? Hier ist sehr bergig. Man muss hier auf 50 Meter Höhe hoch und das konnte man mit der Straße nicht bewerkstelligen. Und so bietet sich diese Bahn wirklich an. Man nimmt die Herausforderung an und führt diese Bahn auf 50 Meter Höhe hoch und bindet hier hinten dann mit der Bahn hier wieder an die öffentlichen Verkehrsmitteln ÖFIS an. So kann man diesen weiten Umweg dann umgehen und mit dieser Bahn die Studenten hier wunderbar von A nach B transportieren. Hier unten ist übrigens eine Bahnschiene. Hochinteressant. Das Ganze verzögert sich, weil man hier jetzt bei der Anbindung ein großes Parkhaus, ich weiß nicht, sogar vielleicht mit Studentenwohnheimen mit integrieren möchte. Und das muss natürlich erst genehmigt werden. Deshalb verzögert sich das Ganze etwas. Spielt aber keine große Rolle, denn Rottug ist in ganz Australien unterwegs. Falsche Richtung. Und macht hier alles schon nervös mit dieser Technologie. Er reist von Ort zu Ort. In Jünli zum Beispiel hat er dort gesprochen mit der Gemeinde, der Stadtverwaltung. Sie sollen doch statt der geplanten Straßenbahn diese Bahn integrieren. Das ist wesentlich kostengünstiger. Befindet sich auf der zweiten Ebene und so weiter. Und er macht hier wirklich furore. Ganz Australien spricht mittlerweile schon von Skywaves in der Presse, im Radio und im Fernsehen. Wir sehen hier im Daily Telegraph spricht man über dieses Projekt in Flinders. Auch dieser Advertiser hat Rottug schon interviewt zur Technologie. Also es ist wirklich hier richtig schon was los in Australien. Die haben natürlich auch andere Genehmigungen, andere Bedingungen wie wir. Sehr weitläufig das Ganze. Und da bietet sich natürlich diese Technologie extrem an. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist das, was ich heute schon ein paar Mal angesprochen habe. Die Messe, die wir nächste Woche haben. Und viele von uns, die schon dabei sind, freuen sich riesig darauf, diese Technologie vor Ort bewundern zu dürfen. Das Unibike und die Stadt- und Regionalbahn wird vor Ort sein. Mein Mann hatte die Ehre, der durfte die Reinigungsmittel. Also die sind ganz schön anspruchsvoll hier für diese Fahrzeuge organisieren über sein Unternehmen. Also wirklich, wir freuen uns schon riesig, das Ganze zu sehen. Es gibt ein paar Helfer, glaube ich, am 16. Die haben die Ehre, schon am 16.09. diese Fahrzeuge als allererste bewundern zu dürfen. Also da ist wirklich was los. Und wer dorthin möchte, auch die Messe und nur einen Tag vor Ort sein wird, der sollte nicht den 20. oder 21. oder 22. wählen, sondern den 23. Denn am 23. ist auch eben Junitzki dort und wird eine Kurzpräsentation halten. Wir haben am Abend noch eine Abendveranstaltung. Meines Wissens ist es ausverkauft. Manchmal gibt es die eine oder andere Karte noch. Also wer noch möchte, sollte sich mit uns in Verbindung setzen. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, aber in der Regel, also soweit ich jetzt weiß, sind sie zumindest offiziell alle ausverkauft. Manchmal gibt es ja einen Grund, dass man vielleicht überraschend doch nicht kann. Dann einfach mal uns fragen, wenn, dann wissen wir Bescheid. Und geben euch natürlich dann die Möglichkeit dazu. Also wie gesagt, diese Messe wird mit Sicherheit Aufsehen erregen. Es werden viele dort sein, diese Messe gibt immer die Trends der nächsten Jahre an. Und das ist natürlich hochinteressant. Man hat dort Junitzki extra eingeladen und das bestimmt nicht ohne Grund. So, nun komme ich zum zweiten Teil, dem wirtschaftlichen Teil, der uns natürlich als Investoren besonders interessiert. Oder als Personen, die vielleicht überlegen, ob sie investieren sollen. Warum ist das interessant? Gut, bevor ich das Ganze erstmal erkläre, möchte ich mich hier nochmal ganz deutlich dafür aussprechen. Ich werde hier Prognosen bekannt geben, aber es gibt keine Garantien dafür. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Gewinn- oder Einkommensbeispiele sowie Prognosen auf mögliche Resultate und Auswirkungen, die durch den Erwerb von Anteilen auftreten können, lediglich Schätzungen sind und variieren. Es gibt keine Sicherheit und Gewährleistung. Warum betone ich das so? Man kann eigentlich nie eine Sicherheit, nie eine Gewährleistung geben bei einem Start-up-Unternehmen. Es gibt natürlich Prognosen, es gibt Trends. Man kann sich es ungefähr ausrechnen, aber eine Garantie gibt es nicht. Das gibt es in keinem Unternehmen. Nur es passiert einfach immer wieder, dass der eine oder andere uns dann beim Wort abnimmt. Und deshalb müssen wir hier diesen Passus besonders betonen. Gut, warum ist es interessant für uns Investor zu sein? Was ist so Besonderes daran? Einerseits natürlich die profitable Investitionsfinanzierung. Das heißt nichts anderes, wir kaufen jetzt Firmenanteile mit einem erheblichen Preisnachlass. Also ich kann jetzt mal sagen, unter einem Cent momentan der Anteil. Und sobald das Unternehmen natürlich auf den Aktienmarkt eingeführt wird, das in den Bau kommt, profitieren wir natürlich von der Unternehmenskapitalisierung. Das heißt nichts anderes am Zuwachs vom Kapital dieses Unternehmens. Und damit steigt eben auch der Wert unserer Anteile oder Aktien. Ist das Ganze dann erstmal an der offiziellen Börse, dann wird das natürlich noch interessanter. Erstens mal, dann stimmen ja die Gewinne auch, dann wird auch die Aktie, der Wert steigen. Aber wer schon mit Aktien zu tun hatte, der weiß auch, dass ein Unternehmen, das an der Börse ist, jedes Jahr Gewinnausschüttungen macht in Form von Dividenden. Je nachdem, wie die Gewinnlage ist, wird das entsprechend angepasst. Und auch diese Möglichkeit werden wir dann haben, sobald das Unternehmen von der geschlossenen Aktiengesellschaft an die öffentliche Börse geht. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Man spricht zwar davon von, ich sage jetzt mal 2018, aber da legen Sie mich bitte nicht fest, weil man sagt ganz klar, man geht diesen Schritt erst, wenn einfach die Gewinne stimmen. Und das ist ja auch sinnvoll, damit nicht der Wert gleich wieder nach unten geht. Wichtig ist das geistige Eigentum auch, das heißt, man spricht hier von den Patenten. Diese Patente wurden von externen Wissenschaftlern oder ich sage jetzt mal Experten. In England wurde das Ganze geschätzt und zwar auf einen Wert, einen Marktwert von 400 Milliarden Dollar. Und von diesen 400 Milliarden Dollar wird eben ein Teil ungefähr 15% vorab eben abgegeben. Da können wir uns eben einbringen. Zum Thema Kooperationsperspektive, das ist natürlich auch wichtig. Die ist hier sehr maßgeblich, denn je mehr Länder dazukommen, je mehr Länder die Kooperation eingehen mit Skyway Group, also das heißt Unitsky und seinen Unternehmen, desto mehr steigt natürlich auch das Kapital und desto interessanter wird. Und hier haben wir natürlich extreme Möglichkeiten, denn das Ganze kann ja weltweit ausgebaut werden. Es gibt über 100 interessierte Länder, also diese Perspektive ist enorm. Wie vielleicht bei keinem anderen Unternehmen im Moment im Vergleich. So, zum Thema Firmenanteile. Es dürfen, wie gesagt, ungefähr 15% dieses Schätzwertes an Shares ausgegeben werden. Das sind gut 60 Milliarden Anteile, die mit einem Wert dargelegt wurden von einem Dollar. Warum betone ich das eine Dollar so? Natürlich kaufen wir im Moment nicht den Anteil für einen Dollar. Aber das Ganze wurde schon mal festgelegt vom Unternehmen her, als hätte es einen Dollar wert. Das ist für uns einfach interessant. Wenn der Wert auf einen Dollar steigt, dann sind wir bis zu einem Dollar, kommen wir gleich dazu, steuerfrei. Und das wurde hier in diesem Schreiben festgelegt. Wir sehen hier die Summe der Anteile. Und wenn wir jetzt die Phase 7 und 8 abgeschlossen haben, dann sind 36 Milliarden dieser Anteile bereits verkauft. Es gibt hier verschiedene Phasen, da komme ich gleich noch dazu. Hier haben wir verschiedene Zertifikate. Ich zeige das einfach immer wieder. Wir bekommen am Anfang vorübergehend von Skyway Capital, das ist die Sammelstelle der Gelder, dieses Zertifikat. Und erst wenn es dann, das passiert einmal im Monat, bei der Eurasian Rail Skyway System Holding eingetragen wird, dann bekommen wir dieses braune Zertifikat, sofern wir es anfordern. Das müssen wir aber nicht anfordern. Ja, wir können es. Und dann wird es auch hier in diesem Extrakt eingetragen. Wer schon dabei ist, der findet es dann unter Zertifikate. Dieses Extrakt ist auch das Wichtigste. Da steht alles drinnen, was wir so an Aktien anteilen, was uns gehört. Und das ist auch das Wichtigste für uns. Nicht das müssen wir haben, aber das brauchen wir als Nachweis. Aber auch das hier ist wunderschön. Und die meisten möchten es dann auch für sich haben. So, wenn ich jetzt investiere bei Skyway, dass ich sage, okay, mich fasziniert das, ich möchte dabei sein. Ich möchte auch von dieser Möglichkeit profitieren, nämlich von diesem enormen Anwachs des Kapitals. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 200 Dollar investieren würde, ich muss gleich dazu sagen, das ist jetzt nicht die lukrativste Möglichkeit im Moment. Das haben wir nur als Beispiel genommen, weil es einen guten Rechenfaktor hat. Aber wenn ich hier 200 Dollar investieren würde, dann würde es in unserem Fall, im deutschsprachigen Bereich, in die Skyway Capital fließen. Es gibt aber noch zwei weitere Sammelstellen, die RSV System und die Skyway Invest Group. Also alle diese drei Stellen sammeln die Gelder. Aber diese Skyway Capital hat sich eben konzentriert auf den deutschsprachigen Bereich. Möglich ist es aber, dass wir in allen dreien, wenn wir wollen, investieren. So, und wir haben auch im Moment wirklich die besten Möglichkeiten, weil sie auch diese Ratenzahlung anbieten, die wir gleich kennenlernen werden. All diese Gelder, die diese drei Sammelstellen von ihren Kleininvestoren, das heißt von uns Privatpersonen sammeln, werden von diesen Personen der GTI, der Global Transport Investing Corporation, ausgegeben. Das ist praktisch die Exekutive oder ich sage jetzt mal dieses Konstruktionsbüro. Ja, ZAO ist nichts anderes als die Abkürzung für das russische Wort für Konstruktionsbüro für Springtechnologie. Diese Ingenieure hier planen alles und geben das Geld aus. Das heißt, sie haben jetzt aktuell mit den derzeit gesammelten Geldern das Grundstück erworben für den Technopark. Wir haben die Baupläne erarbeitet, die ganzen vertraglichen Sachen bezahlt damit und alles, was halt einfach mit diesem Ökopark zusammenhängt, mit der Verwirklichung dieses Parks. Diese 300 Millionen US-Dollar, die wir im Moment hier in diesem Park finanzieren. So, wenn wir eben nochmal diesen Betrag sehen, eben von diesen 200 Dollar, dann sagen wir, okay, ich habe jetzt Geld investiert, aber wer gibt mir denn jetzt die Sicherheit, dass mein Geld auch nicht irgendwo verloren ist? Ja, wenn ich jetzt 200 Dollar investiert habe, brauche ich ja irgendeinen Pfandschein oder irgendeinen Gegenwert dafür. Und diesen Gegenwert bekommen wir natürlich vom Garantiegeber Unisky Corporation, das ist nichts anderes als Unisky mit seinem Team. Und der hat eine Firma beauftragt, die das Ganze abwickelt, nämlich die Eurasian Rail Skyway System Holding. Diese Holding wickelt einfach alles, das mit dem Papier, mit den Einbuchen, mit den Zertifikaten und so weiter zusammenhängt. Das führt sie eben durch für Unisky und seinem Team. Diese beiden miteinander sind im Prinzip die Garantiegeber. Die geben uns diesen Pfandschein, das heißt das Zertifikat oder auch dieses Extrakt, wo es eingetragen ist. Und so sind wir vom Investor, 200 haben wir investiert, würden wir in dem Fall 20.000 Aktien bekommen, sind wir dann zum Aktionär aufgestiegen. In unserem Fall im Moment noch in einer geschlossenen Aktiengesellschaft. Das heißt noch nicht an der offiziellen Börse. Dieser Schritt kommt erst etwas später. Hier nochmal zusammengefasst, wir investieren in diesem Beispiel 200 Dollar. Hier haben wir einen Discount, dieses Wort bitte merken, Discount von 1 zu 100. Was heißt das? Für einen Dollar bekomme ich bei dieser Investition hier 100 Anteile. Und diese Aktien, dafür bekommen wir von der Eurasian Rail Kaiway System Holding, diesen Pfandschein, das heißt dieses braune Zertifikat, oder eben das Extrakt, wo es eingetragen wird, in dem Fall über 20.000 Aktien. Und diese 20.000 Aktien sind dann garantiert steuerfrei mit einem Wachstum bis zu einem Dollar. Weil das in diesen Schreibern, das wir am Anfang gesehen haben, festgelegt wurde. Jeder Anteil wurde mit bis zu einem Dollar Wert festgelegt. Auch wenn er das jetzt noch nicht kostet. Und deshalb bis dahin steuerfrei. So, jetzt nehmen wir dieses Beispiel. 200 haben wir investiert. 20.000 würden wir bei einem Dollar dann, 20.000 Dollar haben, minus 200, dann hätten wir hier schon einen Reingewinn von 19.800 Dollar. Ist nicht gerade schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Und diesen Dollarpreis können wir in ein, spätestens zwei Jahren, gehe ich mal davon aus, haben wir das. Man spricht tatsächlich schon von Ende nächsten Jahres. Ich kann es nicht garantieren, wie gesagt. Aber die Spekulationen gehen tatsächlich schon in diese Richtung. Was auch noch interessant ist, wenn man in ein Start-up-Unternehmen investiert, hat man in der Regel eine Wartezeit von drei bis fünf Jahren, bis sich das Ganze rentiert, amortisiert, sodass ich sage, mein Geld bekomme ich zurück. Man plant aber bereits für nächstes Jahr schon einen internen Handel. Man spricht schon vom Sommer davon. Ich kann es euch nicht garantieren, aber man spricht davon, dass es wahrscheinlich schon im Sommer einen internen Handel geben wird, bei dem entweder die Firma oder vielleicht andere Privatpersonen versuchen werden, von uns schon Aktien zu erwerben. Warum? Weil man geht davon aus, dass mit Fertigstellung des Ökotechnoparkes möglicherweise es für Privatinvestoren an diesem großen weltweiten Umsatz zu profitieren, schon vorbei sein wird. Man rechnet damit, dass dann die Großinvest-Firmen kommen und die dann die restlichen zur Verfügung stehenden Aktien aufkaufen. Und dann können wir von denen teuer einkaufen. Also wer investieren möchte, der sollte sich jetzt überlegen, steht auch die nächste Preiserhöhung an, spätestens Ende September. Genaues Datum wissen wir noch nicht. Aber bitte nicht zu lange warten, dann jetzt. Denn auch die Preiserhöhung wird sicherlich wieder einiges an weniger Anteilen bedeuten. Nicht vom Preis her mehr, aber wesentlich weniger Anteile. Davon können wir ausgehen. Denn mit jeder Preiserhöhung, mit jedem nächsten Schritt, werden es wesentlich weniger Anteile sein. Und das ist dann, wenn man mit einem Dollar das Ganze veranlasst, richtig viel Geld. Gut, wenn ich jetzt investieren möchte, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Gigantische an Skyway Capital, das bieten alle anderen nicht an nur Skyway Capital, ist diese Möglichkeit dieser Ratenzahlungspakete. Es gibt hier zwei Kinderpakete, die speziell für Kinder gedacht sind, ein kleineres und ein größeres. Und weil es das für Kinder, ich zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt 10, ich habe dieses linke hier erworben, sie kann es erst mit 18 verkaufen. Ich bin, oder mein Mann besser in dem Fall, ist nur der Investor. Er hat das Ganze bezahlt und so weiter. Und er verwaltet es für sie als Stadion, so nennt sich das im Englischen. Und sie kann das erst mit 18 selbst verkaufen. Wir haben hier keine Macht mehr drüber. Aber der Investor kriegt auch noch eine Kleinigkeit. In dem Fall 5.000 Aktien und in dem Fall 10.000 für seine Arbeit, dass er das Ganze macht. Gut, also das sind die Kinderpakete. Und das sind jetzt die klassischen Ratenzahlungspakete. Das beginnt von 25 Dollar bis 200 Dollar im Monat. Hier sind insgesamt dann 250, hier 400, hier 1.000 und hier 1.800. Und wenn man jeweils eine Doppelrate bezahlt, am besten gleich im ersten Monat, dann kann man es nicht vergessen, bekommt man hier noch Zusatzanteile, in dem Fall 9.000, hier 21.000 bis hier unten 144.000. Also ist hochinteressant. Und hier haben wir zum Beispiel einen Discount, den Begriff haben wir heute schon gehört, 1 zu 100, hier von 1 zu 141, hier ist irgendwo 1 zu 200 und hier 1 zu 235 und hier 1 zu 305. Also man merkt, je mehr man investiert, desto mehr Anteile bekommt man für den einzelnen Dollar. Und hier unten wird es natürlich dann, sind die größeren Pakete noch lukrativer. Hier haben wir zum Beispiel 1 zu 325. Wir sehen hier dann auch noch die ganz großen Pakete, hier 5.000, 10.000 bis 50.000. Man sieht hier schon, der Discount wird entsprechend immer höher. Hier haben wir noch die Innotrans-Pakete. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob die im Moment noch erwerbbar sind. Wahrscheinlich ja bis zur Messe. Hier muss man aufpassen, das erste OK 235.000, das könnte man auch auf Ratenzahlung machen. Möchte man noch zur Innotrans, hat es den Vorteil, weil man hier den Eintritt für die Innotrans noch integriert hat. Man bekommt das Geld für den Eintritt dann rückerstattet. Ist es so, dass man nicht zur Messe fährt, ist es wahrscheinlich nicht interessant. Dann kann man das Ratenzahlungspaket auch machen. Man kann es bequem in Raten zahlen. Man darf es aber auch auf einmal bezahlen, weil wir immer wieder gefragt werden, ja kann ich das auf einmal machen? Natürlich. Und würde man zum Beispiel hier dieses und dieses zweimal nutzen, dann sagt man, okay, hier im zweiten bekomme ich etwas mehr, dann sind es insgesamt 500.000. muss man aufpassen, das Ratenzahlungspaket für 1800 hat mehr Anteile wie diese zwei zusammen. Also hier muss man tatsächlich sich beraten lassen von der Person, die sie hier eingeladen hat oder der Ansprechpartner ist. Und hier haben wir die einzelnen Phasen, was ist in der Vergangenheit passiert, beziehungsweise was wird in der Zukunft passieren mit den Investitionsgeldern, beziehungsweise generell mit der Entwicklung. 1978 bis 2014 war die lange Entwicklungsphase und ich sage jetzt mal die Durchsetzungsphase, dass man endlich mal in die Verwirklichung ging. 2014 begann man dann mit der Entwicklung dieses fantastischen Designs. Übrigens sagt man, würde Ferrari oder eben diese Top-Designer das entwickeln, würde das ganze Design um das Hundertfache teurer sein, als es eben hier diese Designer entwickelt haben. Hochinteressant. 2015 im Juli begann man dann mit dem Bau des Ökoparks, der jetzt kurz vor der Fertigstellung steht. Oktober, November rechnet man damit. Also bitte, das kann auch das Ende sein in das Weltprojekt Skyway. Nicht das Ende generell. Es wird weiterhin kleinere Projekte geben, aber der große Kuchen von Skyway, das heißt die Beteiligung am Weltumsatz des Wachstums, der könnte dann vorbei sein, wenn die Großinvestoren alles aufkaufen. Das sind die Prognosen. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist, aber wir gehen davon aus, wenn die das alles sich ansehen, dass es dann für uns Privatinvestoren vorbei sein wird. Rechnen Sie lieber damit, bevor Sie dann zu spät dran sind. Und wie gesagt, Demonstration, Zertifizierung ist das nächste Thema. Die arbeiten jetzt Tag und Nacht an der Fertigstellung dieses Öko-Technoparks. Messe ist wie gesagt nächste Woche. Und ab 2017 geht es dann in die Markteinführung. Sprich, Russland wird bauen, Australien wird bauen, hier wird überall. Es gibt noch andere Projekte, die schon im Gespräch sind. Ich darf nur nicht über alles hier öffentlich sprechen. Aber diese Projekte, es kommt auch immer wieder die Frage, ja wie ist es denn in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz mit den Genehmigungsverfahren. Das ist doch alles so kompliziert bei uns. Ja, das ist es. Aber für uns Investoren spielt es da keine Rolle, ob es in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz jetzt gleich gebaut wird. Wichtig ist, es wird gebaut. Ob das in Dubai ist, wo auch dort die Pilgerbahn gebaut werden soll, oder ob das in Australien voranschreitet, oder was weiß ich, in Russland. Das spielt keine Rolle. Mit jedem Bau, mit jedem Kilometer, der gebaut wird, steigt einfach der Wert unserer Anteile. Und das ist für uns entscheidend. Kann ja sowieso nicht alles auf einmal gebaut werden. Und so müssen wir einfach diesen Blick auf Deutschland, das natürlich oft ein sehr schwieriges Genehmigungsverfahren hat, einfach mal außen vorlassen, das spielt für uns als Investoren überhaupt keine Rolle im Moment. Natürlich würde ich mich freuen, wenn lieber gestern als morgen die Bahn gebaut wird bei uns. Aber damit rechne ich im Moment, ehrlich gesagt, noch nicht. Gut, wir haben hier die einzelnen Phasen des Projektes nochmal. Das waren die vergangenen Phasen. Man sieht hier schon an den Phasen, jetzt mag er mich wieder nicht, Herr Pfein. Moment. Man sieht hier schon, in den vergangenen Phasen waren auch diese Discounts wesentlich höher. 1 zu 200 bis 1 zu 640. Damit sind immer die Pakete gemeint. Dann später in der 6. Phase 2015 bis Mai 2016 war 1 zu 150 bis 1 zu 500. Wir befinden uns derzeit in der Phase 7, die jetzt kurz vor der Beendigung steht. Hier wurden 7 Milliarden Anteile angeboten, wenn die verkauft sind, beginnt die Phase 8. Und damit, das sehen wir hier schon, rechnen wir jetzt im September noch. Also, und wir sehen hier schon, was sich hier maßgeblich verändert, ist nicht der Kaufpreis, sondern der Anteilspreis. Gerade hier. Hier haben wir 1 zu 150 bis 1 zu 400. Und hier haben wir in der nächsten Phase 1 zu 125 bis 1 zu 300. Und es ist nun mal ein Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise für 1.000 Dollar 235.000 bekomme oder vielleicht nur noch 195.000. Davon können wir ausgehen in der nächsten Phase. Weil wenn das Ganze dann ein Dollar wert wird, dann sind es einfach 30.000 Dollar weniger, die ich dann habe. Und in diesen Phasen sehen wir hier zusammengefasst, werden insgesamt 36 Milliarden US-Dollar dann schon vergeben sein von diesen 60 Milliarden. Und je mehr das schon vergeben sind, desto teurer wird das Ganze natürlich. Hier sehen wir die weltweiten Sammelstellen allein von Skyway Capital. Es gibt ja wie gesagt auch noch weitere, nämlich die Invest Group und die RSW, die Ursprungssammelstelle, die auch von Junitzke selber gegründet wurde. Aber wir sehen schon, hier natürlich sind wir im deutschsprachigen Bereich dabei. Aber wir sind ein winziger Teil, wirklich ein winziger Teil von den Sammelstellen weltweit. Und ich kann euch versichern, allein bei mir in der Gruppe sind schon Investoren bis hier unten drinnen und in allen Teilen der ganzen Welt. Also wie gesagt, der deutschsprachige Bereich ist ein kleiner Bereich. Und wer sich jetzt dafür interessiert, für diese Möglichkeit, für diese einzigartige Möglichkeit, ich sage jetzt mal unter einem Cent einzukaufen, und vielleicht schon im nächsten Jahr auf einen Dollar zu kommen, das kann man sich ja gut hochrechnen, je nachdem wie viel man investiert. Es ist einfach eine Möglichkeit, die man glaube ich nur einmal im Leben bekommt. Hier haben wir nochmal das Bild Ökotechnopark als Plan. Hier sieht man schon, ist dieses Gebäude noch nicht drauf auf dem Plan, aber hier diese Kurven zum Wenden, diese Transporttrasse hier hinten, hier die Regionaltrasse und hier nochmal die Schnellbahn. Aber auch hier sieht man nicht diesen zwischengesetzten Ankerpfeiler, der derzeit errichtet wird, damit man einfach im Moment gleich reagieren kann, bevor das Ganze komplett fertiggestellt ist. Wo befindet sich das Ganze? Hier Mariana Gorka in Belarus, das heißt in Weißrussland. Und hier haben wir einen sogenannten Ankerpfeiler, der auch als Bahnhof dient. Man sieht hier schon grün, das Ganze wird gepflanzt, das werden wir gleich auch noch an den Bildern sehen. Und hier geht diese Stringschiene raus. Man hat in diesem Gebäude auch ein Spezialfenster, das man hier nicht sehen kann, das für den Druckausgleich benötigt wird. Hier haben wir nochmal diese Stringschiene, die sie auch dann in dem Park gezeigt wird. Und hier dieses Gebäude wird dann dazu dienen, um einfach sich innen alles genauer anzusehen. Im Kleinformat gibt es auch diese Bahnen, diese Vorzeigebeispiele. Also das wird man hier drinnen dann alles später bewundern können. Und Minsk, man kann sich das alles ansehen. Ich habe vor kurzem, war ich bei einer lieben Kollegin, sie hat mir Bilder gezeigt, sie war dort, sie war auf diesem Nullpunkt, den man so schön sehen kann, wo alles ausgeht, hat ihre Hand drauf gehalten, hat dort ihren eigenen Baum gepflanzt. Ich darf auch einen Baum pflanzen. Und vielleicht werde ich sogar nächstes Jahr im Frühjahr da mal hinfahren und meinen Baum dort selber pflanzen. Das mal so nebenbei bemerkt. Das Ganze ist einfach alles real. Und wir sehen uns jetzt im dritten Teil auch noch ein paar Bilder dazu an. Aber bevor ich zu den Bildern komme, werde ich erstmal eine andere Information Ihnen kurz geben, nämlich dieses hier. Es geht hier um Aurecon. Aurecon, das ist einfach eine Gruppe, die in Australien dort das Ganze vorantreibt, dort mit Minsk zusammenarbeitet, mit diesem Team in Minsk, diesen Konstruktion oder Büro, dieser Spring-Technologie. Und die besprechen hier über eine Skype-Konferenz, was alles einfach so besprochen werden muss. Hier geht es um Austausch von Wissen, von Erfahrungswerten. Natürlich, wie sollen die Versuchsdurchläufe gestaltet werden? Man muss das Ganze ja abstimmen mit den australischen Standards. Der Arbeitszeitplan wird hier besprochen und die Zertifizierungsbedingungen eben auf dem grünen Kontinent. Also hier, man sieht weltweit alles möglich, Skype macht es möglich. Wir praktizieren ja Skype auch untereinander derzeit ständig. Und diese Arbeitsgruppe in Australien ist einfach hier ständig in Verbindung mit unserem Team, das wir hier sehen, in Weißrussland, eben beim ZAO. Hier auch noch mal ein weiteres Bild. Man sieht hier schon, wie angestrengt, dass hier alle sich unterhalten. Okay. Und hier dann ein paar Bilder, wie es derzeit aussieht im Öko-Technopark. Also man sieht hier schon, diese Pfeiler werden alle schon gebaut. Sind schon hier ein Teil dieses Ankerpfeilers, dieses stabilen Ankerpfeilers. Es schreitet hier schon straff voran. Hier haben wir schon die Bodenplatte drauf. Hier noch mal die Bodenplatte. Hier wieder diese, sieht hier schon richtig majestätisch aus. Diese Pfeiler von diesen, ja, würde ich jetzt mal stabilen Ankerpfeilern. Und hier kämpfen sich zwei Arbeiter ab mit der Verwirklichung. Also wir sehen hier alles, man kann das immer nachvollziehen, wir posten ja auch, oder die liebe Jana macht das ja ständig auch, dass sie in Facebook immer die wichtigsten Informationen postet. Die meisten von uns bekommen das Ganze per E-Mail und sagen, oh Hilfe, das ist ja alles russisch. Also sie müssen sich nicht die Mühe machen. Sie dürfen natürlich das Ganze über Google Translator sich ansehen, aber die Jana sucht immer das Wichtigste raus, postet das Ganze dann in Facebook, in unserer Gruppe. Wer noch nicht dabei ist, der kann sich gerne von uns aufnehmen lassen, einfach Anfrage stellen und wir nehmen sie dann gerne auf in der Gruppe. Ich bin jetzt dann soweit mit meinem Latein am Ende. Das heißt, das Wichtigste haben wir jetzt und wir kommen jetzt zur Frage.